Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Weibers Meerwasser zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und zu einem neuen Teil des Tagebuchs zum Shallow Reef. Ja, ich glaube, so Pi mal Daumen dürft es wieder fast einen Monat um sein. Tatsächlich ist es so, es hat sich wieder ein bisschen was getan. Die Leute, die meine Livestreams am Wochenende immer verfolgen, kriegen die Infos ja direkt brühwarm. Und ja, alles in allem sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. So 50 Prozent, würde ich mal sagen. Wenn ihr die Ecke da hinten betrachtet, das sieht klasse aus. Da ist Farbe drin, da ist Bewegung drin, die Korallen stehen in Blüte, die stehen gut. Hier unten die Wunderkoralle steht auch top. Die ganzen LPS, die ich jetzt hier drin habe, stehen hervorragend. Ja, was gerade nicht so gut steht, ist einmal da hinten die Miyagi, bei der ich beim letzten Mal ja gesagt habe, dass die wieder in Farbe kommt, beziehungsweise auch wieder Floreszenzen ausbildet. Zudem habe ich hier hinten eine grüne Acro, die von innen auch hier und da ein bisschen kaputt geht. Und oben bei meiner Valida haben wir Stellen, die von innen kaputt gehen. Da mache ich da mal noch Detailaufnahmen zu. Und tatsächlich bin ich auf Fehlersuche gegangen und es gibt wahrscheinlich mehrere Ursachen. Aber kommen wir erstmal, lassen wir erstmal die Spekulationen zur Seite und kommen zu den Fakten. Ich habe ja vor einem Monat eine ICP-MS, also am 25.10. eine ICP-MS gemacht. Das ist etwas mehr wie ein Monat her. So, die nächste ICP-MS habe ich jetzt vor kurzem gemacht und wer meine Streams verfolgt hat, hat das auch gesehen. Da haben wir die Auswertung am 26.11., also sprich einen Monat im Nachgang. Unterschied zwischen den beiden ICPs war, also was ich am Becken anders gemacht habe, ist, dass ich den Phosphatabsorber auf Eisenbasis herausgenommen habe und im Prinzip ohne jeglichen Absorber in der Zeit gearbeitet habe. Weil wir ja im Endeffekt gesehen haben, an der ersten ICP, dass da so einiges überhaupt nicht nachweisbar war. Unterhalb der Nachweisgrenze selbst bei einer ICP-MS. So, gehen wir jetzt einfach mal kurz in Medias Res und schauen uns das noch mal so kurz an hier. Und als allererstes gehen wir hin und schauen, holen uns noch mal eben den Überblick über die erste ICP. Da waren wir bei 92%, wo ich auch noch darauf hinweisen möchte, dass die ICP OES, die ich zum gleichen Zeitpunkt zu dieser ICP gemacht habe, eine Wertigkeit von 82% hatte. Um noch mal darauf hinzuweisen, die sieht halt nicht alles. Die MS ist tiefer reingegangen. Somit hätte ich auch eine höhere Wertigkeit in einer Prozentzahl. Ja, 92%. Hier oben sehen wir die entsprechenden Aufdröselungen, sage ich jetzt mal. Und tatsächlich hatte ich ein bisschen zu wenig PSU. Ich hatte etwas, ja, der KH hat gestimmt etc. pp. Ihr seht das jetzt hier. Ich blende es nebenbei mit ein. Und das ist der allgemeine Zustand gewesen. Ja, da hatten wir so Sachen wie Selen, die fehlten. Silber fehlte, Vanadium fehlte, Zinn fehlte. Zink war ein bisschen erhöht. Über Nitraten müssen wir nicht reden. Da kommen wir gleich noch zu. Das ist noch ein ganz spannendes Thema. Phosphat war in einem guten Bereich. Wir hatten ein bisschen Aluminium, Cadmium, ein bisschen Blei drin. Wer hat da Blei reingeschmissen? Ja, und Wolfram. Wolfram ist tatsächlich auch ein bisschen runtergegangen von davor. 45 glaube ich war es oder 50. Ne, 50 hatten wir in der normalen OES davor gehabt. Und hier hatten wir dann jetzt tatsächlich durch Einsatz des Absorbers, haben wir das Wolfram runter auf 5 gezogen. So, jetzt gehen wir mal kurz rüber zur anderen. Wir machen gleich noch eine Ansicht, dann sehen wir beides. So, die nächste ICP-MS, wie gesagt, habe ich jetzt am 26.11. zurückbekommen. Hier haben wir jetzt 95 Prozent und da bin ich halt nach der ersten hingegangen und habe den Absorber rausgenommen. So, was ist passiert? Erstmal habe ich die PSU angeglichen. Ist ja schon mal gut. So, wir haben zu wenig Schwefel, wir haben zu wenig Kalzium. Zu wenig Kalzium hieß, das Becken hat gearbeitet, hat gezogen und ich habe es nicht angeglichen und ich habe auch zwischendurch nicht gemessen. Das ist also definitiv Fakt. Der Bereich sieht ganz gut aus. Lithium etc. pp. Mangan war etwas zu wenig. Dann haben wir hier Eisen zu wenig und wir haben Vanadium zu wenig. So, dann gehen wir zum Nitrat und da seht ihr, wir waren vorher bei, ich glaube 61 und jetzt sind wir bei 54. Der Nitratwert ist gefallen. Das heißt also, dass die Zufuhr an Stickstoff so war, dass wahrscheinlich im Becken alles verbraucht wurde und sogar dann im Endeffekt was ausgetragen werden konnte. Problem an der Sache ist aber, dass genau da wahrscheinlich meine momentane Problematik hier und da mit den SPS liegt, unter anderem. Phosphat liegt in meinem entsprechenden Wohlfühlbereich bei der 0,08. Aluminium ist soweit geblieben. Und hier sehen wir nochmal das Wolfram und das Wolfram hat sich hier wieder verdoppelt bzw. ist wieder höher geworden. Da seht ihr im Endeffekt, dass der Absorber das Wolfram dann dementsprechend rausgezogen hat. Jetzt gehen wir mal hin und schauen uns die beiden mal nebeneinander an. Ich habe das hier mal vorbereitet. Ich ziehe das so groß wie möglich. Also geändert habe ich hier die PSU zu der hier. Ja, das passt. So, da müssen wir nicht drüber reden. Das ist im Endeffekt Ergebnis der Balance Methode. Eine erhöhte PSU ist natürlich auch gleichzeitig mehr im KH. Tatsächlich habe ich hier nicht drauf geachtet. Das war das Kalzium. Das ist abgesackt. Wenn der KH steigt, sackt das Kalzium ein bisschen ab. Also beides hängt ja schämlich zusammen. Fragt mich jetzt nicht, wie das geht oder wer es ist. Aber interessant wird es eigentlich jetzt hier im Bereich. So, das muss ich mal ein kleines bisschen gucken, damit man dann auch, sorry, wenn ich das so klein ziehen muss. Ich kriege das leider nicht größer hier zu sehen. So, wir haben erhöhtes Silizium gehabt. Hier ist abgesackt. Das ist schon mal gut. So, Iod war sehr viel zu hoch. Ist wieder jetzt da, wo es sein soll. Auch gut. Dann haben wir das Barium gehabt. Hier war auch erhöht. Ist auch wieder abgesackt. Das Barium könnte im Endeffekt ein Resultat aus der Aktivkohle oder aus dem Absorber sein. Eins von beiden. Wobei Aktivkohle habe ich noch weiter im Einsatz. Also ist das Barium wahrscheinlich aus dem Absorber. So, Molybden passt. Wo haben wir denn den nächsten Knowsus Knacktus? Chrom haben wir hier tatsächlich in beiden. Nada. Wir haben Beryllium hier in dem Bereich, wo halt normalerweise der Absorber gearbeitet hätte. Hier haben wir Beryllium drin. Also da seht ihr, Beryllium wurde tatsächlich durch irgendwas eingebracht. Wo ich aber im Endeffekt drauf hinaus will, ist einerseits das hier. Also sprich Eisen, Kupfer, Selen und Silber. Eisen. Klar, wir haben einen Eisenabsorber eingesetzt. Dann bringt der natürlich Eisen auch unter anderem mit ein. Kupfer hatten wir auch drin. Haben wir jetzt auf der anderen Seite nicht mehr. Wo kam der Kupfer her? Das kann eigentlich auch nur aus diesem Absorber kommen. Selen hatten wir gar nicht. Ist aber jetzt tatsächlich durch die normale Dosierung und durchs Futter ähnlich wieder eingetragen worden. Silber hatten wir auch nicht. Silber ist jetzt hier im anderen Bereich tatsächlich wieder drin. So, Vanadium war auch komplett nicht nachweisbar in der ersten. Hier hatten wir was, aber immer noch zu wenig. Muss ich also auch nochmal nacharbeiten. Und tatsächlich ist der Zinkanteil gefallen. Wo ich jetzt nicht wirklich weiß, warum das so ist. Aber da sind wir noch in einem Bereich, der noch okay ist. So, Zinn ist auch komplett raus gewesen und hier ist das Zinn wieder da. So, das mal jetzt zu den Bereichen, die im Endeffekt durch den Absorber rausgezogen wurden oder im Umkehrschluss reingebracht. Einerseits haben wir ja Sachen, die der Absorber reingebracht hat, wie zum Beispiel Eisen und Kupfer waren nachweisbar. Waren dann jetzt in der nächsten ICP nicht mehr da, wo der Absorber raus war. Also muss ja irgendwo dann dementsprechend ein Eintrag gewesen sein. Und da seht ihr im Endeffekt mal wieder, wie sich dann das komplette Spektrum auch dann verschiebt, wenn man so einen Absorber dann einsetzt. Das ist eine Sache, die ist nicht zu unterschätzen. Das Ding ist im Prinzip ein Schwamm, der halt nicht nur ans Phosphat geht, sondern auch an die Spurenmetalle, die im unteren Bereich dann halt tatsächlich zum Tragen kommen. So, hier haben wir jetzt den Bereich Nitrat. Das ist so eine Sache, da seht ihr, dass Nitrat innerhalb von einem Monat ausgetragen wurde. Und der Austrag bedeutet einerseits, jo, das ist okay, aber im Umkehrschluss haben wir damit ein Problem. Denn Nitrat müsste normalerweise, ich sag jetzt mal durch Wasserwechsel oder ähnliches rauskommen. Er dürfte normalerweise nicht fallen. Aufgrund der Tatsache, weil unsere Korallen ja den Stickstoff, der hier durch Futter und durch Zudosierung reinkommt, ja gebraucht und verbraucht werden soll. Steigt der Nitratwert, bringen wir durch irgendeine Quelle zu viel Stickstoff rein. Bleibt er gleich, passt es. Die Korallen oder die Biologie bedient sich an dem, was da ist. Fällt das Ganze aber, und das ist die Vermutung, die ich mit der Miyagi da hinten habe, oder den anderen beiden SPS, die gerade mal so ein kleines bisschen doof da stehen. Da vermute ich im Endeffekt, dass es unter anderem natürlich durch die Schwankungen, die ich im Phosphat hatte. Weil wir sind ja von 0,01 hochgegangen hier bei der ersten Messung auf 0,05 innerhalb von drei bis vier Wochen. Und dann nochmal jetzt wieder hoch in den Bereich zwischen 0,08 und 0,1. Eigentlich ein Wohlfühlbereich und eigentlich ein Bereich, der für meine Korallen hier normal ist. Aber es ist wieder eine Schwankung gewesen. Und diese Schwankung ist natürlich durch meine SPS hier, ja, die verzeihen es halt nicht so. Wenn dann jetzt dazu noch ein Stickstoffmangel hinzukommt, weil der Stickstoff halt nicht so verfügbar ist, wie er eigentlich sollte, dann kommt es genau zu solchen Schäden. Das halt die Korallen anfangen auszubleichen. Und genau das versuche ich jetzt ein kleines bisschen gegenzusteuern, nachdem ich dann im Endeffekt alles versucht habe nachzukontrollieren, wo hast du ein Problem, wo hast du ein Fehler. Und im Endeffekt bin ich aufgrund dieser Analyse dann nochmal durchgegangen und habe herausgefunden oder habe gesehen, durch die Zugabe von Stickstoff sind so einige Korallen wieder oder durch mehr Stickstoff wieder hingegangen und haben wieder weiter aufgemacht. Wie zum Beispiel hier vorne meine süße kleine Konyopora. Das sind so meine Indikator Korallen. Wenn die halt zu bleiben, dann ist irgendwann im Busch, dann ist irgendwas nicht ganz in Ordnung. Und genau da liegt der Hase im Pfeffer. Wenn man solche Korallen hat, die dann halt nicht richtig funktionieren oder nicht richtig aufgehen, dann kann man tatsächlich schon ahnen, dass irgendwas nicht ganz so läuft. Gehen wir nochmal eben in den Schadstoffbereich rein. Da ist nicht wirklich viel passiert. Das Aluminium ist eigentlich fast gleich geblieben. Das ist in meinen Augen eine Messtoleranz. Das ist schon mal sehr gut. Blei, also markieren nochmal. Also hier, Aluminium ist soweit okay geblieben. So, dann haben wir beim Blei, das haben wir hier. Das ist, ne, Bismut, blödmann. Bismut war höher und hier ist es tatsächlich niedriger. So, Cadmium war da. Ein kleines bisschen, da hat man 0,027 und hier haben wir tatsächlich... Jetzt bin ich, bin ich in der Zeile verrutscht, Entschuldigung. So, also Cadmium hatten wir 0,027 und 0,024 haben wir jetzt hier. So, Blei hatten wir jetzt tatsächlich in der ersten... So, jetzt haben wir es richtig. 0,029 und 0,133 tatsächlich jetzt mehr. Blei ist, ja, ist eine Sache, wo ich nicht hundertprozentig weiß, wo es herkommt. Müssen wir dann mal im nächsten Monat die nächste MS abwarten, um zu schauen, was Phase ist. So, hier haben wir Lantan drin, habe ich ja gesagt, habe ich mitgearbeitet, um den Phosphatwert ein kleines bisschen zu bearbeiten, der natürlich viel zu tief war. Und hier haben wir das Lantan auch noch, aber sehr viel weniger. Also ihr seht, ja, vielleicht war der Einsatz auch ein bisschen kürzer im Vorfeld. Also das kann man jetzt nicht so wirklich miteinander vergleichen. Der Rest sieht eigentlich ganz gut aus. Gehen wir noch mal kurz aufs Wolfram. Hier hatten wir fünf. Hier unten hatten wir dann zwölf. Also das Wolfram erhöht sich. Und was dann auch jetzt wieder im Nachweis war, ist Tellur. Sagt mir überhaupt nichts. Vielleicht kennt irgendjemand von euch da draußen die Funktion oder was, was es halt anrichten kann. Aber wir haben halt mit dieser ICP-MS jetzt die Möglichkeit, dann halt sehr viel tiefer zu gucken, um zu schauen, wo könnte gegebenenfalls das sein. Und den Schaden, den ich da verursacht habe, der da momentan jetzt Phase ist, der ist tatsächlich so, dass ich blende das mal wieder aus. Der tatsächlich, ja, von einem Mangel an Nährstoffen gekommen ist. Trotz erhöhter Phosphatwerte oder höherer Phosphatwerte fehlte im Umkehrschluss wahrscheinlich der Stickstoff. Und ich habe es halt nicht wirklich so realisiert, wie es soll. Ja, das Problem saß dann mal wieder vor dem Aquarium. Ja, der nächste Punkt. Ich habe dann hier so ein kleines bisschen mit der Säge gearbeitet, weil ich da oben in dem Bereich SPS, da habt ihr gesehen oder seht ihr, dass ich ein bisschen was geändert habe. Ich habe die Cholastrea da oben mal hingesetzt, um ein bisschen mehr Farbe dahin zu kriegen. Ich habe aber auch an allen SPS, die ich da oben habe, ob es die Himbeere ist, ob es da hinten die Stellata ist oder davor die Seretopora. An allen Korallen musste ich tatsächlich hingehen und habe tatsächlich mit der Säge was rausgeschnitten. Und ja, ich gucke mal, ob ich die Aufnahmen noch finde. Die hatte ich im Ben nämlich geschickt oder hatte ich auch, glaube ich, im Live gezeigt. Ließ sich recht gut schneiden. Ich habe im Prinzip die toten Stellen rausgeschnitten und habe die Korallen dann nochmal kräftig in Kleber gesetzt, dass auch die Stellen weiter oben dann halt ein bisschen mehr geschützt sind, dass das halt nicht weiter sich einfressen konnte. Normalerweise muss man halt wirklich richtig tief und weit reinsägen bzw. abschneiden, um zu bewährleisten, dass halt das Gewebe an der Stelle auch noch in Ordnung war. Problem an der ganzen Sache war, mit der Zange ging es teilweise nicht, weil wenn ich an die Stellata mit einer Zange gegangen wäre, dann wäre die mir auseinander gebrochen. Das ist natürlich dann wieder der Vorteil von so einer Bandsäge und die hat da auch wirklich richtig gute Arbeit geleistet. Also nochmal Daumen hoch, Ben. Das Ding macht das, was es soll und das auch noch schon wieder mal nach einer gewissen Zeit, wo ich sie halt eingemottet habe. Lief wunderbar. Das nächste, was ich mir jetzt halt tatsächlich vornehmen muss, ist hier meine Valida. Da muss ich halt den inneren Bereich, ich mache euch noch eine Detailaufnahme davon, den muss ich jetzt versuchen da irgendwie rauszubrechen bzw. rauszuschneiden. Er ist zum Glück von vorne noch nicht zu sehen, aber der Fuß unten drunter verliert tatsächlich hier und da Gewebe. Das ist natürlich nicht ganz so schön. Ich hoffe, dass ich das jetzt gestoppt kriege. Genauso hier hinten die grüne. Okay, die muss ich klein schneiden und wieder hübsch machen. Gucken wir mal, wie das läuft. Von daher muss ich ganz ehrlich sagen, ja, ist mal wieder die Gratwanderung hier auf dem Bereich eines Mischbeckens, weil alle verschiedenen Sorten jetzt hier drin zu haben, LPS, einfache SPS, etwas höhere Akkus und die alle unter einem Hut zu kriegen, ist halt nicht die einfache Sache. Also ein reines SPS-Becken oder ein reines LPS-Becken ist definitiv einfacher zu fahren, als wie die Schose hier. Ja, kommen wir zum nächsten Punkt. Der nächste Punkt ist, ich gehe nochmal auf die Tunze 6105 ein und zwar hatte ich jetzt mit der Zeit dann doch gemerkt, also sind jetzt tatsächlich am Laufen hier, ich glaube seit dem letzten Reinigen, muss ich dazu sagen, haben wir so knapp, ich glaube drei Monate. So, und ihr seht jetzt selber, die Pumpen sind ziemlich zugewachsen. Die haben eine ziemlich große oder dicke Patina bekommen in Bezug auf Kalkrotalgen und dementsprechend haben sie natürlich unten am Anker auch einiges, ich sage mal, an Schleim bzw. an Bakterien sitzen gehabt. Die haben tatsächlich dann ein kleines bisschen mal an Leistung verloren. Ja, ich musste mehr Saft geben, damit ich auch mehr Leistung bekomme. Fakt ist, ich habe jetzt im Endeffekt hier laufen, Moment, ich gehe mal eben kurz auf den Hub und blende euch den dann mal mit ein. Habe jetzt hier tatsächlich die Leistung wieder relativ weit runter reduzieren müssen nach der Reinigung. Heißt also auf gut Deutsch dann doch mal regelmäßig reinigen, aber tatsächlich seitdem jetzt die Gitter ab sind, ist es halt nicht mehr so viel. Ja, so ist dieser Gegendruck. So, jetzt gehen wir mal eben hier die Bildschirmaufnahme und dann gucken wir mal eben in die Pumpen rein. So, und ihr seht jetzt hier im Endeffekt den Tunzer Hub, der im Prinzip jetzt alles beinhaltet. Das sind jetzt die beiden Pumpen, das ist aber auch das Becken oben und hier im unteren Teil seht ihr die 6075, die oben im Jascha läuft. Da kommt auch noch ein separates Video zu, das habe ich dieses Wochenende noch nicht geschafft, weil ich nämlich tatsächlich das Gehäuse bzw. das Gitter vorne beschädigt habe. Dumm stark und wasserdicht, ihr kennt das Spiel. Sobald ich das neue Gehäuse da habe, mache ich ein vernünftiges Video und dann stelle ich euch die Pumpe mal im Detail vor, wie ihr das von mir kennt. Aber gucken wir uns jetzt erstmal hier meine Pumpen an. Die rechte Pumpe, jene welche, die direkt hinter mir ist, läuft tatsächlich auf nur 40% und ist für den SPS-Bereich vollkommen ausreichend. Weiterhin konstante Strömung hier, da das Ganze an den Dreheinheiten montiert ist. Und die linke Pumpe dort drüben, da die an den LPS steht, läuft tatsächlich auch nur mit 31%. Ihr seht, ich habe von abends 22.30 Uhr bis morgens um 6 Uhr bzw. 7 Uhr eine Strömungsreduzierung, die sich auf 16% der Leistung bei beiden Pumpen im Endeffekt so eingestellt ist, damit das synchron ist. Hier sind sogar 18% um Gottes Willen, ja. Aber tatsächlich ist es so, dass die Pumpen halt wirklich richtig, richtig klasse sind. Und wie dann auch schon dem Felix auf der Messe gesagt, die Pumpen verbrauchen jetzt tatsächlich in diesem Modus, in dem sie jetzt laufen. Also sprich, die eine auf 40% und die andere auf 70%, äh 30%, gerade mal zusammen, ich sage es mal ganz, ganz, ganz ordinär, laufen die jetzt auf 70% der Leistung. Bei einer maximalen Stromaufnahme von 11 Watt haben wir jetzt für beide Pumpen gerade mal, ja, 8, 9 Watt, die diese Pumpen an Leistung, an Strom aufnehmen. Und das ist das Nächste, wo ich nochmal darauf hinweisen möchte. Die Pumpen sind zwar nicht die günstigsten und jetzt die neue 6075 ist auch nicht so die günstigste. Die liegt, glaube ich, bei 297 Euro, aber gibt es wahrscheinlich auch im Netz schon günstiger. Aber den Vorteil, den diese Pumpen haben, die geringe Stromaufnahme, und zwar hier bei denen von, ich glaube, 3 bis 11 Watt und bei der 6075 sind es tatsächlich auch nur 8 Watt maximal. Das ist natürlich enorm förderlich, gerade wenn, wenn die jetzt, ich sage mal, über einen Zeitraum von, oder einen längeren Zeitraum an einer USV hängen, so wie es bei mir der Fall ist. Ich habe ja eine handelsübliche USV da unten drin hängen, also nichts, was jetzt auf Aquarien oder sonst irgendwie ausgelegt wäre. Und bei einer Stromaufnahme von hier, ich sage jetzt mal ganz rund 10 Watt, die Pumpen, also meine USV läuft hier, ich habe tatsächlich noch keinen Stresstest jetzt mit den neuen Pumpen gemacht, sollte ich mal machen. Mache ich bis zum nächsten Mal, verspreche ich. Sollten die mindestens 4 oder 5 Stunden locker laufen, ohne dass ich ja jetzt noch zusätzlich mir Gedanken machen müsste. In der Zeit läuft halt kein Abschäumer, in der Zeit läuft keine weitere Runde hier. Es ist halt nur, dass die Pumpen am Laufen bleiben, und zwar in der Einstellung, wie sie jetzt laufen. So, die entsprechenden Ocean Motion, also die Dreheinheiten, sind nicht daran angeschlossen, aber selbst die würden relativ wenig an Strom verbrauchen. Also von daher müssen wir uns, könnte man die tatsächlich mit anschließen, also die Drehstrommutter oder die Servos, die da drin sind, da müssen wir nicht drüber reden. Aber selbst wenn, es reicht ja, dass wir halt Bewegung im Becken drin haben, und das ist ja dann bei einem Stromausfall dann dementsprechend genau das, wo wir darauf hinarbeiten, dass halt noch Bewegung da ist, dass ein Gasaustausch stattfinden kann, und dass so mit Fische und Korallen halt noch, ja, länger wie eine oder zwei Stunden hier überleben können. Und von daher, das war nochmal, ja, das, wo ich darauf hinweisen wollte, dass es halt, ja, die Pumpen von Tunze halt zwar sehr teuer sind, ja, und es ist aber auch Qualität, die mit fünf Jahren Garantie da steht. Das hat auch nicht jeder Hersteller, der momentan am Markt ist. Und dann sowas im Prinzip noch zusätzlich mit einer USV zu koppeln, die auch nicht die teuerste ist, ich glaube 150, 160 Euro. Ich gucke nochmal nach, wie der aktuelle Preis momentan ist. Blende ich euch unten ein. Also das finde ich schon richtig, richtig geil. Und vom Strömungsbild her sind die neuen Pumpen so, ihr seht selber hier hinten die Koralle, die da unten den Schaden hat. Den hat sie halt nicht von der Pumpe, ansonsten hätte ich den nämlich von der Rückseite. Ja, und tatsächlich, an der Rückseite hat sie tatsächlich noch Gewebe. Also da müssen wir nicht drüber reden. Die stehen so nah an den Korallen dran und trotz alledem haben die keine Gewebeschäden. Ich weiß, das hört sich hier nachher jetzt nach einer Werbesendung an und ja, der muss ja sowieso alles hübsch reden. Nein, muss ich nicht. Ihr wisst, dass, wenn irgendwas ist, habe ich ja auch mit den Gittern, habe ich ja erzählt, dass halt die Gitter da einen Einfluss hatten, hier bei den Pumpen. Schauen wir mal, wie es oben mit der 6075 ist, weil die hat ja ein fest verbautes Gitter. Aber das ist wirklich beeindruckend. Da muss ich echt sagen, da hat Tunze wirklich richtig gute, gute Arbeit geleistet. Also genug der Lobhuttelei hier. Aber das war nochmal das, was mir am Herzen lag und ich euch halt nochmal zeigen wollte. Von daher seht es mir nach und wir machen weiter ein Programm. So, zwei Kleinigkeiten habe ich noch. Und zwar einmal Infos zum NIOS Talk. Da blende ich euch nochmal eben kurz zwei Bilder ein. Ich habe den jetzt letzte Woche auseinander gehabt, beziehungsweise habe mir den mal angeschaut. Und das untere Gitter ist tatsächlich, ja, komplett frei. Hätte ich so nicht gedacht. Und das obere Gitter war ein kleines bisschen, ich sage mal, zu gewachsen mit Bakterien, Matten etc. Aber auch nicht wirklich schlimm. Wir haben im Prinzip den Inhalt rausgenommen und das Ganze dann kurz durchgespült. Und die Kohle wieder reingepackt, wieder in Betrieb genommen. Das Ding tut seinen Dienst. Also da muss ich schon mal pauschal sagen, bisher alles okay. Dass der halt nicht dauerhaft so sauber durchläuft, das sollte euch klar sein. Also so ein Filter muss definitiv immer gewartet werden. Aber tatsächlich ist es so, dass wenn man regelmäßig hingeht, so alle drei, vier Tage, den mal kurz ein bisschen verdreht, sodass er wieder gängig ist und dann schaut, wie ist der Durchfluss. Alles gut. Also ich denke, das ist soweit okay. Ja, und das zweite Ding, ich habe tatsächlich mein Mischbett Harz, was nachgeschaltet ist hinter der MyAqua 1900, habe ich jetzt andere Behälter. Bisher hatte ich ja hier diesen 4 Liter Behälter von Aqualight und noch einen Selbstbau dahinter mit Indikator Harz. Ich habe mich jetzt auf der Messe mit Michael von der Rhein-Erft-Aquaristik unterhalten und ich habe gesagt, ja, das ist nicht so das Ding, weil ich immer die Problematik hatte, dass die Anlage sich zum Teil abschaltete, weil zu viel Druck aufgebaut war. Also es ist zu viel, es ist bei mir so gewesen, dass es halt die 4 Liter Kartusche und die 5 Liter Kartusche hintereinander geschaltet, dazu geführt haben, den langen Weg bis hier oben hin, also die geht ja von unten in dem Keller, da hinten in der Ecke, bis hier oben hin in mein Osmosebecken, was die drücken muss, dass sich da zu viel Druck aufbaut. Und wenn dann sich da zu viel Druck aufbaut, dann schaltet die sich ab. So, das ist im Endeffekt daraus resultiert, dass die Anlage immer kurz anspringt und wieder ausgeht. Anspringt und wieder ausgeht. Und das ist eine Sache, die ich eigentlich nicht will, aus dem einfachen Grund, weil halt im Endeffekt auch dieser Druckschalter dann in meinen Augen zu sehr beansprucht wird. Ist ja nicht Sinn und Zweck, diese Anlage. Dieser Druckschalter ist ja im Prinzip nur eine Sicherheitsmaßnahme und nicht von Dauereinsatz gedacht. Also habe ich mich mit dem Michael unterhalten, ich sage, so und so sieht es aus. Hast du da eine Lösung? Und tatsächlich hat er die einfachste Lösung ever. Bin ich so auch nicht wirklich drauf gekommen. Die Kartusche, die ich nachgeschaltet habe, die habe ich ja im Prinzip selber, ich sage mal, konstruiert, beziehungsweise umgebaut, indem ich da ein Rohr genommen habe, was dann halt bis nach ganz unten führt und dann das Wasser von unten nach oben dann halt durch das Harz durch muss. Genau der gleiche Spiel mit dieser Mischbett-Harz-Kartusche hier. Allerdings nicht in einer 10-Liter-Version, wie es bei ihm momentan noch auf der Website ist, sondern in einer 5-Liter-Version. Das heißt, ich habe da jetzt 5 Liter Mischbett-Harz im Verhältnis 60-40. Anion-Kathion kommt, glaube ich, auch nochmal was Separates zu. Das nur mal so als Zwischeninfo vorab. Preis blende ich euch noch unten ein, was diese Kartusche denn nächst kosten soll. Das ist ein Prototyp. Aber sie hat den ganz, ganz großen Vorteil, dass halt dieses Harz, was da drin ist, sich frei bewegen kann. So, in den Aqualite-Kartuschen, die ich, oder in der Aqualite-Kartusche, die ich habe, oder auch die Kartusche, die die Acker mit dazu anbietet. Das sind ja fest verbaute, dichte Kartuschen, wo dann halt das Mischbett-Harz reinkommt und sich halt nicht vernünftig bewegen kann. In dieser Druck-Kartusche von der reinen Erft-Aquaristik, also sprich diese blaue Kartusche hier, ist es tatsächlich so, dass das Harz sich besser bewegen kann. So, das heißt, es kann ein bisschen aufgeschönt werden, es muss nicht so viel Druck aufgewandt werden, um da durchzugehen. Und ihr habt im Endeffekt natürlich auch den enormen Vorteil, dass ihr bei der reinen Erft-Aquaristik einen entsprechenden günstigen Austausch habt. Das habe ich euch schon auf dem Messevideo erzählt. 3,50 Euro pro Liter, entsprechendes Mischbett-Harz im Austausch, also sprich alt gegen neu für 3,50 Euro pro Liter. Also das ist schon richtig günstig. Da gibt es auch eine entsprechende Versandbox und und und. Müsst ihr mal auf der entsprechenden Website mal schauen. Ist definitiv geil. Und dass das jetzt im Endeffekt hier meine Problematik mit der Abschaltung gelöst hat, finde ich richtig, richtig klasse. Und ja, kann ich euch nur empfehlen, preis-leistungstechnisch kann ich im Moment noch nichts dazu sagen, weil ich zu dem Zeitpunkt, wo ich es gerade aufnehme, tatsächlich den Preis noch nicht habe. Wie gesagt, ich blende ihn noch mal kurz ein, wenn ich ihn habe oder reiche ihn nach. Und tatsächlich, also die Kartusche, so wie sie aufgebaut ist, ist das gleiche Prinzip wie meine selbstgebaute. Es geht halt runter bis auf den Boden und dann muss das Wasser halt von unten durch das Harz durch. Ist eigentlich das gleiche Prinzip wie auch bei der Aqualight oder Aka-Kartusche. Bloß mit dem Unterschied, dass hier sich das Harz ein bisschen besser bewegen kann. Dass es nicht in diese, in diese entsprechende Kartusche reingequetscht ist und unter Druck steht. Hier kann es sich frei bewegen und somit kann das Wasser leichter und einfacher an den entsprechenden Harz vorbei. Die entsprechenden Ergebnisse, wie und was da hinten rauskommt, werde ich euch noch nachreichen im nächsten Teil mit der entsprechenden ICP. Und ja, von daher würde ich sagen, die wird zum Schlusswort über. Das Einzige, was ich halt jetzt ankündigen kann, ist, was ich auch schon in den Lives angekündigt habe, die Dreheinheiten werden jetzt demnächst durch andere ersetzt. Nicht, weil sie nicht funktionieren, sondern weil die jetzt halt hier bei mir lang genug im Einsatz waren, immer noch sehr gut funktionieren und wahrscheinlich weiterhin beim Thorsten eingesetzt werden. Ich möchte euch was anderes vorstellen. Und da sind wir, dann bin ich jetzt halt gerade mit dem entsprechenden Hersteller dran, ihr die Halterung für dieses Becken zu optimieren, damit wir eine optimale Halterung haben. Und sobald die dann da sind, werdet ihr dann dementsprechend auch was darüber sehen. Ja, und es gibt dann demnächst auch noch ein neues Projekt. Da werdet ihr dann in meinem Live dann dementsprechend mehr darüber erfahren. Und ja, ich würde sagen, wir machen Schluss für heute. War genug. Und solltet ihr noch Fragen, Sorgen, Nöte, unsütliche Anträge oder Ähnliches haben oder irgendwas wissen wollen, was ich hier einsetze, tue und mache, schreibt es runter in die Kommentare. Ihr wisst, ich bin da relativ zügig in der Antwort. Und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. In diesem Sinne einen schönen Tag, Abend oder Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video geschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Ich zähle auf euch. Euer Viper. Ciao. Ciao.